Heute ist Samstag, der 16. März 2024 und damit herzlich willkommen zu jeden Tag ein Ü-Ei. Es ist Samstag und wir öffnen heute ein neues Kinder-Joy-Ei der aktuellen Saison. So langsam aber sicher geht es ja auf Ostern zu und ab Montag gibt es hier nämlich die doppelte Menge Ü-Ei. Dann gibt es unseren Unsersammler-Team Osterkalender. Jetzt aber erstmal das Kinder-Joy-Ei des Tages. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir hatten hier also einen Inhalt der neuen DC-Superhelden-Figuren und wir sehen uns natürlich morgen hier wieder. Denn morgen sogar zweimal. Am Sonntag gibt es ja das Ü-Ei des Tages, also jeden Tag ein Ü-Ei und unser großes Sonntagsvideo. Seid auch morgen wieder mit dabei. Alles Liebe, euer Stefan von unserem Sammler-Team. Macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen.